hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spielt heute mal mit einem kleinen info video in eigener sache als allererstes möchte ich natürlich bei euch bedanken ja dass ihr es möglich gemacht habt dass dieser kanal die 1000 abonnenten erreicht dass wir jetzt ein community tab haben und auch noch mal ein ganz ganz großes danke für die vielen likes kommentare hilfestellung egal bei welchem let's play also ich lass mir da gerne helfen bei mir ist exit gaming willkommen und ja ich finde es einfach schön dass ihr mit mir zusammen diesen kanal so aufgebaut hat das kann ich nicht anders sagen einige sind wirklich schon unter 100 abos dabei gewesen und sind jetzt immer noch da und ja ich finde das ganz toll ich hätte nie gedacht dass das überhaupt möglich sein wird gerade in der momentanen zeit aber umso schöner ist es natürlich wenn man das schafft und youtube hat mir jetzt noch die möglichkeit gegeben eine kanalmitgliedschaft für euch bereitzustellen das heißt ihr bezahlt monatlich 2 euro 99 bekommt dafür gewisse vorteile wie logos oder aber auch namentliche erwähnungen andererseits habe ich aber auch vor dann für die kanalmitglieder dementsprechend auch noch gewisse vorteile einzuräumen oder auch mal verlosung oder ähnliches im kanalmitgliedschaft hat den vorteil dass ihr mich natürlich in erster linie unterstützt ja dass ihr sagt mir gefällt das was die schazadi da tut gut und dafür möchte ich ihr was zurückgeben dafür dass sie mich immer so gut unterhält weil es ist ja auch nicht es ist ein großer zeitlicher faktor was ich viele auch immer nicht vorstellen können diese videos zu machen und natürlich muss das ganze equipment auch stimmen und dementsprechend würden zum beispiel die einnahmen von den kanalmitgliedschaften tatsächlich in hardware fließen oder aber auch mal in neues spiel fließen was ihr gerne möchte durch den community tab habe ich ja jetzt die möglichkeit euch auch zu fragen was ihr denn gerne mal sehen möchtet und mich danach auch entsprechend zu richten also von daher wollte ich euch nur mal darüber informieren dass diese möglichkeit jetzt besteht weil ich bin auch kein fan davon in meinen videos das habt ihr wahrscheinlich schon gemerkt alle fünf minuten werbung zu schalten so wie youtube das gerne möchte dementsprechend ist es bei mir so dass in der regel zwei maximal dreimal werbung kommt kommt auf die länge des videos drauf an und das nach möglichkeit auch am anfang und er zum ende hin also dementsprechend möchte ich da weil ich mag das selbst nicht und habe da keine lust dass da alle fünf minuten werbung kommt weil das ist dann doch ein bisschen anstrengend dann ist mir doch lieber euch die möglichkeit dieser kanalmitgliedschaft zu bieten das kann auch jeder selbst entscheiden möchte ich sah die damit unterstützen ja oder nein das liegt bei euch ich würde mich wie gesagt darüber freuen um entsprechend auch mal ja die hardware oder irgendwas nachrüsten zu können und euch aber dafür auch in form von videos oder auch mal kleinen kleinen geschenken was zurückzugeben also man kann dadurch auch wesentlich besser mit der community kommunizieren und von daher fand ich das eigentlich eine feine sache habe das dementsprechend auch eingerichtet und dank mich noch mal bei euch ganz herzlich dafür dass ihr immer dabei seiten dass alles möglich gemacht habt ohne euch wäre das ja gar nicht möglich gewesen von daher ja vielen dank noch mal wir sehen uns wir hören uns und ihr werdet jetzt immer am community tab oder im community tab über neuigkeiten informiert und wünsche euch jetzt noch einen schönen tag danke fürs zuschauen danke für die unterstützung bis zum nächsten video eure shazadi bis zum nächsten video bis zum nächsten video